Hallöchen und herzlich willkommen zu meinen Eindrücken zu Sims 4 Jahreszeiten. Zuallererst seht ihr meine Schmuckstücke aus dem Great Sim, wobei die Haare leider nicht so mein Fall sind. Aber hier seht ihr das, was mir an der Kleidung am meisten gefallen hat. Eigentlich wollte ich die beiden Sims, die ich hier vorgebaut habe, quasi erstellt habe. Die wollte ich nutzen, um alles andere zu erkunden, also eigentlich ein Haus zu bauen und Interaktionen mit den neuen Gegenständen auszuführen. Leider hat das nicht funktioniert mit meinem Custom-Content, weil meine Ladebildschirme haben komplett gar nicht mehr geladen. Könnte an dem neuen Patch liegen, auch einfach, weil ja vieles bearbeitet worden soll. Und das wird wahrscheinlich das Problem sein. Ich werde warten müssen, bis mein Custom-Content aktualisiert ist oder ein neuer Patch kommt, der dieses Problem behebt. Weil trotz dessen, dass ich kein Custom-Content installiert hatte, hat es trotzdem sehr lange geladen. Dementsprechend, keine Ahnung, ob das jetzt nur ein Problem von mir ist oder ein allgemeines Problem. Vielleicht muss ich auch einfach meinen Custom-Content ein bisschen ausmisten. Aber das sehen wir dann. Hier seht ihr übrigens einmal alle Objekte aus dem Baumodus, bis auf die Roll- und Eisschuhbahn und die ganzen neuen Stände. Ich finde, eigentlich jedes Objekt hat irgendwie was. Es ist einiges vielleicht nur ein bisschen umtexturiert worden. Das hat schon in dem Spiel vorher irgendwie existiert, teilweise. Was ich aber persönlich gar nicht so schlimm finde. Weil, was sollen die sich noch alles ausdenken? So, ich meine, es gibt schon so viele Sachen und so viele Packs und so. Und es gibt ja nicht unendlich Sachen, die irgendwie jetzt, äh, die man sich jetzt noch ausdenken könnte oder so. Weil es, also ich meine, es darf abstrakt sein und so weiter. Jedoch finde ich das irgendwie teilweise ein bisschen komisch, wenn es noch abstrakter wird. Weil, äh, ich glaube, das würde sonst niemand so nutzen oder so. Und das wäre dann auch unnötig, sich dafür eine Arbeit zu machen, das zu erstellen und so weiter. Obwohl ich sagen muss, dass sie sich natürlich auch an den Custom-Content-Erstellern orientieren können, was die so für Ideen haben und diese könnten die umsetzen. Aber wer bin ich schon, um das zu entscheiden? Jedenfalls konnte ich jetzt leider die, äh, ganzen, also keinen Festtag oder so ausprobieren, weil ich jetzt nach einigen Stunden keine Lust mehr habe, wo ich einfach nur gewartet habe, dass es lädt. Und mit meinem Custom-Content, also ohne meinen Custom-Content, könnte ich jetzt die anderen Familie nicht nehmen. Was halt auch irgendwie doof ist, weil ich die jetzt mühevoll erstellt habe und eigentlich geplant hatte, mit der Dinge zu tun. Aber, ja. Hier seht ihr dann noch ein paar Sachen, wie ich mit Dingen interagiert habe. Ja. Sehr schön, oder? Also ich finde das auch ganz cool, eigentlich. Also die neuen Sachen, mit denen man interagieren kann, sind echt schön. Und vor allem, ja, es funktioniert wenigstens. Und hier werde ich jetzt eine Weile lang nur mit der Vogelscheuche plaudern. Was aber vollkommen okay ist. Ich werde das vielleicht einmal gleich, wenn wir ein paar Interaktionen gesehen haben, schneiden. Bis etwas Spezielles mit der Vogelscheuche passiert. Hier gucke ich mir nochmal den Kalender an, wie der aussieht und so. Und, ja. Mehr habe mich daran jetzt direkt nicht interessiert, weil ich wollte jetzt ja nicht irgendwie einen Feiertag machen oder so. Aber es ist auch okay so. Ich werde jetzt auf jeden Fall mit der Vogelscheuche ein wenig reden. Und tatsächlich hatte ich nicht erwartet, dass die direkt so ein bisschen reagiert. Ich dachte, das passiert erst, wenn man sich angefreundet hat. Aber, ja. Tatsächlich. Redet die quasi direkt schon mit einem. Nur, ich glaube, die wird erst später oder überhaupt gar nicht als Freund angezeigt. Als Bekanntschaft. Ich habe sie jetzt auch nicht zum Leben erwecken können. Also, ich weiß nicht mal, ob das überhaupt geht. Ich habe mich nicht hundertprozentig informiert. Was aber auch vollkommen okay ist, denke ich. Und, ähm, ja. Jedenfalls. Was wollte ich sagen? Aber das, was ich bisher gesehen habe, ich habe auch ein bisschen was in anderen Videos gesehen. Da leider nur Frühling bisher. Es sieht unfassbar schön aus. Also, diese Übergänge haben sie sehr, sehr gut gemacht. Hier ist übrigens, äh, was passiert. Tatsächlich. Könnt ihr euch ja durchlesen. Ich habe nämlich so ein Outfit freigeschaltet. Auf jeden Fall. Die Übergänge von den Jahreszeiten sind super gut gemacht. Sehr realistisch gehalten. Was sehr, sehr schön ist. Also, ich mochte das in Sims 3 schon sehr. Die Übergänge. Weil die auch sehr realistisch gehalten sind. Also, so gut, wie es halt eben geht. Und hier ist das eben genauso. Und, das ist halt eine Sache, die mir wirklich, wirklich gefallen. Jahreszeiten ist immer mein Lieblingspack. Weil es einfach immer alles viel, viel lebendiger macht. Und so, dass einfach alles sich nochmal ändert. Das ganze Spielgefühl und so. Ich meine, ähm, ja. Wenn plötzlich nicht mehr die ganze Zeit Sommer ist. Sondern es plötzlich regnet. Und dann fällt vielleicht irgendein Ereignis ins Wasser, was man eigentlich geplant hatte. Irgendein Geburtstag oder so. Einfach sowas. So, weil ich mag ja auch dieses Geschichten erzählen. Und das geht mit Jahreszeiten so gut. Weil du dann halt wirklich dann, äh, hier, ähm, Festtage hast. Selber erstellen kannst. Und halt vorgefertigte, die man auch entfernen kann, glaube ich. Aber würde ich nicht. Weil das sind halt alles Sachen, die sind halt bei uns auch gang und gäbe quasi. Äh, auf jeden Fall finde ich das sehr schön, wenn dann wirklich dann die Familie Weihnachten feiern kann. Und, ähm, ich denke, dass das hier auch sehr gut gemacht wird. Ich will auch irgendwann demnächst mal ein Sim-Sets-Play anfangen. Dann werden wir die ganzen Sachen wahrscheinlich sehen. Die ganzen Festtage und so weiter. Und was alles mit dem Pack hier zusammenhängt. Ich werde trotzdem warten, bis ich meinen Custom-Content wieder nutzen kann. Weil, ich vermisse den jetzt schon sehr. Weil, naja, mein Custom-Content, ich habe drei, zwei oder dreitausend Sachen, irgendwas dazwischen, runtergeladen. Und, ich denke, dass bei Sims4Studio dann einfach wieder so ein, hey, hiermit kannst du alles fixen, indem es einfach mal durchläuft. Äh, so eine Option gibt. Für Seasons. Das gibt es ja auch für Cats and Dogs. Und ich denke, das wird da auch so sein. Auch wenn es ein bisschen dauert, aber, ähm, es wird schon okay sein. Weil, ich möchte meinen Custom-Content jetzt nicht deinstallieren, komplett, weil, als ob ich das alles wiederfinde, was ich immer benutzt habe und schön fand und toll fand. Weil, ja, also ich meine, wenn ich mal meinen ganzen Custom-Content wirklich runterwerfen müsste, dann würde ich safe alles mir ein bisschen besser aufschreiben und merken, wo ich Sachen her hatte und so weiter. Ich meine, ähm, ich könnte mir das auch einfach alles abspeichern und so und dann nach und nach immer löschen, wieder hinzufügen, was mir fehlt und so. Aber, es ist halt schon nicht so angenehm. Es wäre schon einfacher, wenn das nicht der Fall sein müsste, sondern dass ich das einfach nur einmal kurz fixen kann. Und dann ist alles wieder okay. Ich weiß nicht, wie mancher Custom-Content hat sowieso nicht funktioniert, leider. Aber, ähm, den herauszufinden ist halt wirklich nicht so einfach, so. Weil, ähm, ja, ich weiß natürlich nicht, wie bestimmte Schuhe zum Beispiel heißen oder so. Nee, ich habe ein paar Schuhe, die nicht funktionieren. Ich weiß nicht, ob mir da einfach der Mesh gefehlt hat oder irgendwas. Aber, äh, das kann nämlich gut sein. Ich müsste nochmal nach den Schuhen irgendwie suchen, weil ich weiß nur, dass ich sie von Sims Resource habe. Da habe ich meinen meisten Custom-Content her. Und, ähm, ja, ich muss halt gucken, ob, äh, wie das da dann abläuft. Ja, jedenfalls, wie gesagt, ich werde das irgendwie fixen können. Und wenn das gefixt wurde, dann werde ich wahrscheinlich ein Let's Play machen. Dann werde ich noch mehr meine Meinung hier zu äußern zu dem Pack. Es wird so oder so gut werden. Also, vor allem nach Cats and Dogs, wo ich mir so dachte, so, hm, es war in Sims 3 und Sims 2 besser. Sims 4, Hunde und Katzen, war sehr, sehr enttäuschend, meiner Meinung nach. Wenn man echt nicht so viel machen konnte mit den Tieren. und dass vor allem erstmal nur Hunde und Katzen gab. Und dann gab es dann noch dieses Accessoire-Pack extra, was ich auch gekauft habe, weil es letztens mein Angebot war und deswegen ein bisschen günstiger war. Aber, naja, trotzdem, hm, weiß ich nicht. Ist so eine Sache, die hätte nicht sein gemusst. Und ich meine, in Sims 3 und 2 haben die ja eigentlich gezeigt, dass die das können. Also, warum haben die Hunde und Katzen so verkackt so. Also, ich meine, es gibt schöne Objekte und so in dem Pack und ich liebe die auch total. Aber es ist trotzdem ein bisschen schade, dass alles andere irgendwie besser ist. Deutlich besser. Ja. Aber hier, was sie hier jetzt wieder gemacht haben. Allein das, was ich jetzt gesehen habe, was echt noch nicht viel ist. Also, erstmal die ganzen Objekte im Baumodus und im Erstelle 1 Sim sind wunderschön und sehr passend alle. Und, äh, die Aktionen, die ich hier ausgeführt habe, die sind auch super. Also, dieses im Regen spielen und ich finde auch die Darstellung von wie warm es ist, welches Wetter es ist, welche Jahreszeit es ist, welcher Tag es ist und so, finde ich alles sehr schön aufgebaut. Also, es stört überhaupt nicht. Es ist halt einfach direkt, uch, Entschuldigung. Es ist halt direkt unter dem Dings drunter, was sehr, sehr schön ist. Ich habe jetzt übrigens auch nicht geschnitten, weil ich jetzt darüber geredet habe, aber das sollte ja wohl okay sein. So, das, äh, meine, meine Aufnahme ist gleich vorbei. Das heißt, ich habe nicht mehr zu sehen, leider, was sehr, sehr schade ist. Ich habe jetzt hier nochmal ein bisschen rumgepublikiert, ob ich noch irgendwas anklicken kann oder so bei bestimmten Dingen, aber eigentlich ja nicht so, weil es meistens das größtenteil ist Lampen und Deko sind. Und, was vollkommen okay ist, weil, ich meine, Festtage und so haben ja auch viel damit zu tun. So, hier verlasse ich das aus Spielen auch cool. So, das werde ich jetzt wahrscheinlich rausschneiden, weil man das jetzt nicht unbedingt sehen muss, was jetzt gleich kommt. Ja, cool, oder? Jedenfalls werde ich jetzt hier meine Endcard ranhängen und dann, ähm, klickt auf irgendeines der Videos, die hier vorgeschlagen werden. Ich hoffe, euch gefällt das, was, ähm, also, beziehungsweise, hoffentlich gefällt euch dieses Video, wie ich das irgendwie dargestellt habe. Und ich hoffe, euch gefällt das Pack auch und, ähm, wenn ihr überlegt, ob ihr das kaufen solltet, dann nicht. Kauft es. Kauft es. Kauft es. Kauft es. Kauft es. Es ist wichtig, okay? Es ist das, also, Jahreszeiten ist immer das wichtigste Pack, wenn man ein Pack haben möchte. Kauft euch Jahreszeiten. Da bin ich für, Leute. Let's go! Und ich hoffe, wir sehen uns bei einem neuen Video wieder und bis dahin. Tschüss!